Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town im Quartett mal zwei mal Zwei Hab ich doch gesagt Hammer geil Er sagte mal zwei Krass Aladin Aladin und die wunde Schlampe Aladin und die wunde Schlampe Kennst du den auch? Rüber gehört, hab ich gelesen Der ist doch von diesem Kuh Das ist doch kein Buch Peter Schafft das nicht An der Seite kommt man nicht auf den Vulkan Das ist ja krass Wollt der mehr? Erstmal war der schrägenden Es kommt wirklich nicht hoch So Du da hochbekommen bist Ja Ich bin zu blöd dafür Aber ich komm nicht ganz hoch Der Tee zerstört Der Tee zerstört Der Tee zerstört Der Tee zerstört Ich wollte gerade sagen warum sterbe ich denn Ich sterb doch gar nicht Alter Ich wollte vergessen Dalu Ich bin Detective Mein Call Dalu Chris hat mich runtergeschopst Dalu ist auf dem Berg gewesen Ich glaub Chris ist es Ich war auf dem Berg Aber ich hab ihn nicht geschossen Mein Call Dalu Ja gut dein Call geht immer gegen mich Peter Chris versucht mir in den Kopf zu schießen Das ist natürlich geil Jetzt muss ich Peter und Mikkel machen Habe ich da schon erschossen oder nicht? Äh ne Ich hab's doch gesehen Dann Ja Ja Mikkel komm mal von deinem hohen Berg da runter Wo ist denn dieser Doppelsprung alter? Wie sieht denn der aus? Ich bin ganz oben Ganz am Anfang Ja Relativ weit oben Linke Seite glaube ich Ich einfach ganz unschuldig da hochklettern wollte Und dann mitten in den Lauf Ich wollte Mikkel in die Lava schießen Ich wollte Mikkel runter schubsen Aber der hat sich noch gut gerettet Ja Peter die miese Sau hat mich hinterrücks weggemacht Weil ich die Waffe gewechselt hab Was warum da Lufried Warum hast du mich vergiftet? Aber jeder Schuss war jetzt berechtigt von mir Ja klar Es wäre egal gewesen Ich fand Jays Begründung halt geil Du hast mir sogar direkt den Heller gegeben Ich bin Detektiv ich sage Als wenn da irgendwas einen Unterschied macht Wenn man Detektiv ist Ja schon ein bisschen Also Detektiv trust ich mehr als irgendeinem Fox Der kann auch trotzdem feind schieben Ja aber wenn jeder vergiftet wurde Aber er wird dich nicht verlügen wollen Ja richtig Zumindest Ne der würde mich natürlich nicht belügen wollen aktiv Aber er hätte rein theoretisch Hätte auch jemand anders vergiftet sein Ja ich wollte damit Ich wollte den Druck nur erhöhen Nein du hast eindeutig gesagt ich soll erschossen werden Ja genau als Guter Als Guter Also gut ich werde auch vergiftet Ich bin Detektiv Ich bin Detektiv Was soll man denn so kaufen als Detektiv Ja Mikkel findest du dich jetzt besonders Ja Ich konnte leider noch nicht ganz durchgucken Was habe ich denn letztens gekauft Als ich war einmal DT gewesen Da habe ich auch was cooles geholt Also Mikkel was dabei Uhhh er hat gesungen Bram-Besel Bram-Besel Warte ich sah mal Munition Ja ja Vorsicht Ich wurde teleportiert Sepp direkt bei dir Stimmt Wohin denn? Wo ist denn Sepp? Nein, du bist halt unter Wasser gewesen, Peter Wo warst du denn, Peter? Moment, aber er war beim Schiff, das hat Sepp schon recht Aber Peter, du standst grad genau neben mir als du teleportiert wurdest Und es ist einer runtergefallen Dann muss der Typ, der teleportiert hat, ja runtergefallen sein Alter Was war das denn? Auf wen schießt du? Mikkel Braum, es ist beim Schiff, der kommt da rausgeschwommen Jay schießt auf Mikkel Jay schießt auf mich Und Bram hat ein Babyloch gehabt Leute, da ist ein Baby grad durch die Geh geflogen Ich weiß auch nicht, was da passiert ist Bram und Jay sind es Die sind am Schiff Richtung linke Seite Vulkan Peter ist gestolpert, glaube ich Oh, da kommt der Ja, ich wollte es nicht sagen Hier soll doch die Party sein, oder nicht? Bram und Jay sind es Aber da fehlt noch einer Die sind hinten rechts und back in Dalu Ich geb dir back up Ich geh rein Nein, die sind rechts Hinter am Schiff ist Jay Okay, jetzt taug ich durch In Eis, oder? Los Jungs Jay hat leider nicht mehr so viel Leben Na leider Ist das nicht gut? Hör auf! Ich bin angeschossen Aber ich bin noch nicht vergiftet worden Ja, was passiert hier? Sepp ist gestolpert Sven ist gestolpert Nein, Sepp ist tot Was passiert? Nachladen Sorry Jawoll Alter, ist das krass Guck mal, hier ist die Polizei Die schwebt auch hier rum Was passiert auf dem Schiff? Das ist ein Massaker Da passiert gleich was Hab ich eigentlich irgendjemand getötet, damit ich mich teleportiert habe? Ne Also ich wäre fast drauf gegangen, aber ich konnte noch Da hab ich dich nachhaltig Klassisch halt Genau Hört müssen Aber schön, du hast mich nicht gesehen, oder? Also bis du dann tot warst Ich hab dich da vom Schiff wegschwimmen sehen, ja Aber du warst dann schneller um die Ecke, als ich dachte Das war ganz schön böse, ey Richtig nice, Alter Baby ist so geil einfach Wenn man denn mal damit trifft Ja, ohne Witze Dann ist Ich hoffe dann extra schon gar nicht mehr, weil ich halt Schon zu mich killig Aber wenn man damit trifft, Alter Sie es immer so nice machen, wenn die Leichen so ein halbes Spielfeld fliegen Richtig Wumms hinter, aber so ist das bei Babys, wa? Ja Die stehen ja auch nur mit richtig Wumms Oh, ich bin Detective Innocent Komm hier Alter Hey Leute, ich bin der Detective Grapple bist du durch die Gegend Loll Loll Alter, ich dachte schon gerade Ich bin der Grapple bist du durch die Gegend Keiner hört den Fehler, Loll Wir müssen halt hier gerade durch, wir sind wichtig Ich seh das schon Alter, was ist denn so ein geiler Rubio Oh, runtergefallen Wow Chris schießt, Chris schießt Wo ist der denn? Bei den Häusern, bei den Häusern Jetzt vielleicht? Ja, ich hab ihn gekillt Das war meiner Guck, der wurde von der OZI gekillt Der wurde von der OZI gekillt, oder? Na, wurde der nicht von der Farm, was? Oh Scheiße Hier war übrigens noch einer hinter dem Haus Trotzdem meiner Ähm, der hat irgendein Traitor-Item geschossen Ansonsten kann Peter Credits rausholen Lass doch Peter noch Credits rausholen Alter, das ist ne gute Idee Komm mal her Hier Du kannst ihn callen Combustible Lemon wurde geru- Ähm Jay Sepp oder Mikkel Sepp, Mikkel Sepp, Mikkel Sepp oder Mikkel Der wurde grad ein Advanced Disguiser benutzt von Sepp, glaub ich Auf Mikkel Der sitzt da oben Ich wurde grad irgendwie teleportiert Wandercredit Oh Leute, der wurde nicht teleportiert Sepp und Mikkel haben sich teleportiert Sepp hat geschossen, heißt er beim Deathringer Nein, der ist nicht tot Die Leiche ist komisch gefroben Sepp oder Mikkel Sepp ist es auf jeden Fall Alter, in dem Deathringer kann man nicht mehr rauszoomen Jawohl, nice, der ist tot Hä, hab ich Mikkel getroffen? Okay, wo ist der tot? Warte, ich call Kommt die gierige Spinne wieder? Ich call da Oh Detective Ich wurde ver- ich war angeschossen Alles klar, nice Oh Gott, hier wird geballert Ich hab auch keine Waffe mehr Jetzt? Wow, 18 Schuss drin, Alter Kann man irgendjemand verfallen lassen Mit Muni? Aua Ich hab geschossen Wer ist das denn? Detective, mach doch mal was Ich weiß nicht, wer das ist Ist das Bram? Nee, Bram ist ein guter, oder? Nee, Alter, ich hab What the fuck, ey Bram und ich hab Chris gemacht Ich brauch mehr Schu- da Ich nehm aber die Auch wenn die scheiße ist Pass auf, Bram zurück Bleibt ja nur noch Mikkel Jay und Mikkel Genau Wo ist Mikkel denn? Der redet sehr langgeschossen, ne Au Auf mich wurde gerade geschossen Mikkel wurde aber teleportiert Um aufm Berg Ja, muss der Mikkel sein Ich bin nicht aufm Berg Fick dich Oh, das war gar nicht schlecht, Mikkel Das war eigentlich gut LOL, doch, komm Peter Ey, hättest du mir mal künden können Den eigenen Kill noch Sorry, Bro Alter, der Grappling-Hood ist mega geil Ok, wo ist der gestorben? Gib mir die Credits Ok, ich bin direkt wieder weg Ciao Wie Batman Ja, alles klar, ok Voll geil Nur Batman macht normalerweise die Drecksarbeit Was bin ich? Batman Achso B-A-D Achso Barfman bin ich, Junge Batman Mega geiler Spielzeug Ich will wieder Dete werden Ach, Dete klingt mega scheiße Wie möchtest du's denn genannt haben? Detective, Junge Ich bin Detective Peter Deiner Spächer Der Bruder von meiner Freundin ist Inspector, Junge Ja krass Wollt verstanden Nicht mal Detective Da ist der auch geordnet Aber der ist nicht mal bei der Polizei Wie macht der das denn? Oh Leute Der ist Bowinspector oder Inspektor Gadget Hat der so ne selbst gemalte Der Witz fehlt noch Ok Ja genau Marke Sorry, ich bin grad Ich bin grad Detective geworden Brammer zu einem Grappling-Hook So, man seht ihr ja hin? Was passiert denn hier? Wo, 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 wo Jay geht schon wieder so hart ab einfach nur Jay übertreibt sich Heiß! Ich hasse euch! Ich bin gekillt worden Ich bin gekillt worden Die Dalu Was hat der jetzt gesagt? Was? Dalu Ich bin oben auf dem Berg Ja, und Bram wird direkt neben dir Du hast nichts gesagt als über mir Nein, er ist über mir Aua, ich werd geschossen Brammer müsste über mir sein Was? Allah Der Steg ist doch weg Der war unter dir du Schwätzer Ja, aber damit hab ich nichts zu tun gehabt Ehrlich jetzt Achso Ja, ja Ey, der Steg ist nicht weg Der Steg ist genau so wie immer Achso Okay Ich riskiere es jetzt, wenn du das wegbringst, Christian Christian Geht ja gar nicht mehr, warum musst du schon da rein Ja, er ist nicht weg Geh du dahin, der ist nicht weg Ja, ich geh jetzt dahin Moment, stehe ich bei dir in der Luft? Nein Ja, dann ist er noch da Ja, okay, pass auf Entschuldigung Entschuldigung Achso, jetzt bist du weiter gegangen Ja, Entschuldigung Ich geh ja nicht auf die Steg drauf Der Detective kommt Der Detective kommt Für Credits Boys Oh Peter hat nicht angegriffen Okay Was macht denn der Detective da? Und das hat nicht geklappt Ja Mikkel Ah, wieso stirbst du nicht da dran? Wo bist du denn? Jay ist der andere, Mikkel, pass auf Was? Wo bin ich denn? Oh Lord, was? Autsch Alles klar Wer hat von euch das TNT vom Himmel fallen lassen? Ich Das war ich wirklich nicht Also ich hab das aber nicht mitbekommen Im Flug hat mich das getroffen Was? Und mich in die Lava geschlafen Ohhhhhhh Kann man den Atriumcenter TNT starten? Na das ist einfach nur ein Event, das kann jeder starten Ja, aber wie? Das haben wir auch schon tausendmal gehabt Du musst auf so einen Kopf schießen, der im Wasser ist Alter, wirst du fährst der ganze TNT da Und ich flieg so gerade und trüfft mich das Oh, das ist überhaupt bitter Ich fall genau oben in den Vulkan rein und komm nicht mehr raus Und dann wirst du das gar nicht jetzt echt nicht wahr sein, ey Da tut mir leid dran So, aber jetzt hätte ich noch Zeit zu drüber nachdenken Und ich wollte sagen, der hat ne gemalte Marke, ja? Und jetzt von vorhin mal hier zu beenden Na gut Au Ich hatte echt gedacht, du schießt mich ab, Christian Du standst ja schon einmal neben mich Ich war auch kurz davor Aber irgendwie hab ich mich von dir mal wieder belabern lassen Ich hab halt auch wirklich nichts gemacht und nichts mitbekommen Passiert ja so selten, dass Dado einen belabert Nein, das war davor ja noch Achso Du hast den davor weggeschossen? Nein, er meinte wegen der Brammen-Geschichte Und damit hatte ich halt nichts zu tun Das war ja Sepp und Sepp war Indo Ja Der Steg war bei mir halt wirklich noch da Diesmal haben wir vier Traitoren Der Mickler ist mit dabei Ich bin Detective Hallo Er ist wieder da Ich hab TTT kaputt Ach, TTT kaputt gemacht Ich hab TTT kaputt gemacht Ich hab TTT kaputt gemacht Was soll denn die Scheiße? Sven kommt weg, gib mir zu Ich hilf mir doch Ne, wer hat da auf mich ges... Sven geht wahrscheinlich auf mich schießt Weil du auf mich schießt, bin ich Traitor? Ne, weil du gekauft hast Du wirst die ganze Zeit vom Boot links und rechts rum geschossen Jay kannst du auch erschießen Ja, und da hab ich gekauft oder was? Okay, wenn du das halt... Ich brauch ja mittlerweile immer noch 10 Minuten um zu kaufen Ja, okay Oh, schießt ihn jetzt auf mich sehr Weil du auf mich geschossen hast Und du anscheinend Traitor sein musst Sven, du Ratte! Jetzt bin ich ja noch vergiftet worden Jetzt lass mich doch mal in Ruhe Der stirbt sowieso Ja, dann ist gut Sven, Christian und wahrscheinlich Jay Sepp Ah, der kommt nicht Ich mach dich doch Hallo Ich hab dir nichts getan Passt Christian! Nice Nice Schade, ich wollte dich eigentlich hier immer nicht verrecken lassen Sorry, ich hatte kurz Panik, hab Bild um mich geschossen Alter, Sven, der... Alter, ich bin einfach nur hinterm Schiff hergeschwommen Weil ich gewartet hab, bis dass ich dich mal sehe Weil ich wusste, dass hier irgendwo einer war Aber ich dich gesucht hab Du wirst gar nicht, wer von den, äh, dreien du jetzt warst Ah, schnell Ganz schön auffällig Wie kannst du das fragen? Ach, Christian, nein, du brennst Kann er gar nicht hochschwimmen Alter, Vater, ey Also Sven darf man echt nicht angucken, der ist ein richtiger Wichser Ist irgendwer bei dem Steg gestorben, zufällig? Nee, ich stand davor Schade Deswegen wusste ich, dass du, also... Ja, ja Ich wusste deinen Namen, also hab deinen Namen nicht lesen können Aber dann ist ja irgendeiner in die Höhle gerannt Ich wusste den Namen Aber richtig, richtig geil Wirklich so da, du schreit Sven, ist es, Sven ist es Sven rennt in die Höhle Verklebt mal Peter Oh, guck mal, das ist der Sepp Ach, nee, Moment Ja, scheiße, ey Ich hab mich verlesen, das ging alles so schnell Ja, weil Mikkel ist das auch schon ein paar Mal passiert, ja Oh, ich bin Detektiv perfekt, Junge Oh, Mikkel Alles klar, Leute, ihr macht das, ne? Ja, ich auch Wir sind doch nur 3 gegen 5, ja? Ich muss uns helfen, Peter Sven, was machst du da? Sven, was machst du da? Da ist einer explosionsmäßig gestorben Sven, wo? Weiß ich nicht Hab die Explosion gehört und den Schrei Mikkel Hallo, Jay Okay Zepp hat ne Melone Zepp hast du ne Melone? Zepp ist tot Zepp hat trade Nein Peter? Und explosionsmäßig gestorben war dann Alter Du bist grade mit Doppelsprung durch die Gegend gesprungen Nein Nein Der hat Doppelsprung und den Okay, Jay ist für mich confirmed Nein Doch Warte, warte, also Jay noch Zero Peter ist safe Mikkel ist es wahrscheinlich nicht Ich bin ihm jetzt die ganze Zeit hinterher gerannt Ne, ich bin Mikkel die ganze Zeit hinterher gerannt Ja, dann ist es ja Dalu oder Mikkel Dann muss es Mikkel sein Dann muss es Mikkel sein Dann muss es Mikkel sein Was? Ne, das ist fein Ich bin das, alles gut Ich bin's nicht Ich dachte, das ist ein sexy Jay-Stinger Männlicher Schrei Eins männlicher Schrei Oh Ich wurde getroffen Vom Berg aus Du fliegst grad hin Da ist einer drauf Das ist K Das ist Jay Oh Das war schlecht Du willst nix sowas Oh Oh Gott, das war ein Fehler Was? Okay, Peter ist weg Ruhe Ah, fuck Was war das? Oh Autsch So, Jay ist weg Dann noch der Mikkel Ist der nicht normalerweise immer ganz oben offen wäre? Ne, da ist Peter ja gerade hingeflogen Hat Dalu schon irgendwas gemacht für das Gegentrader ist? Ich hab Peter gesagt, wo Jay ist Und hab mit ihm drauf geschossen Das habt ihr gehört Was blödes ist, Peter, der schon mal oben hier bestätigen kann Aber ihr habt das doch wohl gehört Das ging doch vor lange Oben aufm Berg Also Dalu erstmal nicht trauen, oder was? Na, Dalu kloppen sich ein Das ist gut Dann sagt mir wenigstens Hier ist die Moment Ich hab keine Ahnung, ob Mikkel überhaupt noch lebt Ja, ja, ich bin am Berg Wen hab ich hier gefunden? Das war sexy Jay Ja Ich hab Mikkel halt Weiß nicht Sven, hast du den schon mal gesehen? Nö Hallo Christian Ich glaub der ist am Anfang gestorben Nein, ist der nicht Wo ist der denn da? Ich versteck eben die Leiche von Jay Ja, ja, ja Ich belebe die nicht wieder Was ist das jetzt besser? Ich hab sie gut versteckt Der ist bei den Häusern Hä, wer hat ihn wiederbelebt? Äh, Zufall auch Na, kommt smell in mind Let's go Danke für die Wiederbelebung, Sven Wieso? Sven hat ihn wiederbelebt? Ja, Sven hat mich wiederbelebt Ich wusste das Ja, Sven hat mich wiederbelebt Sven ist übrigens am Strand Völlig verwirrt Wieso verrätst du jetzt den Traiterkollegen? Oh lol, falscher Sven, pass auf, die sind ja beide Ja, ja Welche Banken? Nehm Peter noch Ja, nehm ich Irgendwie hast du rumgefallen Irgendwie hab ich in die Füße geschossen Ja, dann ist gut Traitertester ist jetzt available Können wir mal, ähm Ich glaub, das ist weg Können wir in den Traitertester einmal gehen? Ich trau dir nicht Beim Berg ist einer Scheiße Oh, beim Berg? Ne, beim Berg, unten Oh, oh Ähm, ja Der Berg ist so in der Mitte der Karte Ja Also der kann HOOOOOH Der Wohin hat den, der Warum hat der den, der Scheißschotten Oh, ey, Dalu, alter Was denn? Ich trau dir einfach nie wieder Ey, Christian sagt Dalu oder Mikkel, da hab ich ihn erschossen Das war eine lustige Runde Das wär ziemlich nice Sven hat gewonnen, alter Und das Lustlicht ist 7 Sven, das war das letzte Mal dabei Du hast die Punkte, die du hast gewonnen Aber diesmal ist keiner unter Null, das ist gut Keiner unter Null, das ist gut Und alle haben mehr 10 Punkte, das war auch schon mal nicht Das war auch schon mal nicht schlecht Ciao Tschüss